Jo, hi, zurück zu Deus Ex. Also wir haben letztes Mal den böse, böse Mann hier kaputt gemacht. Das war ganz schön Arbeit. Mit nix munition und so. Das war schon ganz schön ätzend. So, und jetzt müssen wir wieder zurück, weil es geht ja noch um die Orchidee. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder so eine Ballaburg wird. Mal gucken. Security? Moment mal, da waren wir ja noch gar nicht. Erstmal Zeitung lesen, ey. Ich muss auch wieder ein bisschen runterkommen. So, Geschütze. Das kann ich jetzt ausschalten. Ich habe mir nämlich was gegönnt. Es war ja ein, wie sagt man, eine Praxis gab es dazu. Und das habe ich natürlich dann erst mal in diese... Oh, lass uns das Radium ausmachen. Wo ist so? Naja, ich habe das investiert in dieses Geschütze, die können gehackt werden und so weiter. Das sind aber erst mal nur Geschütze, weil Lasergeschichten... Was passiert? Dann können die jetzt irgendwie... Dann kann die wahrscheinlich nur zerstören. Okay, gut. Haben wir alles. 110 Teile, okay. Gut. Also hier hinten waren wir noch nicht. Haben wir uns noch nicht umgeschaut, was hier so ist. Nichts, ne? Okay, gut. Komm, dann gehen wir... Äh? Nicht da rein, ne? Nein, weiter und hinten durch. Ich glaube, ich habe die aber alle noch nicht gecheckt, die Typen. Naja. Weil Ammo und so weiter echt Mangelware. Das heißt, alles einsammeln, was nicht mit dem Nagelfest ist. So, ich muss hier in diese Lobby rein. Da haben wir ja vorhin auch alles weggeballert. Also es ist ziemlich viel Baller, Baller jetzt im Moment. Deswegen haben wir das so gut gefällt. Ich gehe einfach mal hoch, ne? Okay, hier geht's durch. Oh. Okay. So, können wir doch mal so rein, oder? Es sind genug Spinde, die wir uns angucken könnten, wenn wir wollen. Wollen wir das? Ja. Aber wie gesagt, Ammo und so echt voll Mangelware. Ah. Take it. Lass uns gleich mal in die Datenbank reingucken. Oh, komm. Das ist hier wirklich echt. Übelste Fizzle-Steuerung. Okay. Taktische Schrote brauchen wir nicht an sich. Ich würde die Ammo hätte ich gut gebrauchen können. Oh. Ah, komm. Mann, ey. Ich muss da echt dran stehen. Richtig dran stehen. Okay. So, und hier das Ding will ich auch noch mitnehmen. Ja. So. Oh, oh. Oh, sie sind schon so weit. Also, ich will aber jetzt trotzdem hier nochmal ein bisschen durchgucken, weil ich muss ein bisschen auftunen. Dauert zwar leider ein bisschen. Klöter, 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 ich brauche jetzt den Karton hier nicht, Mann. So, EMP ist in Ordnung. Oh, gut. Ah. Mann, ey. Okay, voll, das ist in Ordnung. Ich speichere das mal kurz, weil, wenn ich jetzt draufgehe, habe ich keinen Bock, das nochmal einzusammeln. Okay, da können wir durch. Okay, dann nehme ich ihn mit rein, ne? Huh? EIN DRIFANTA noch kommen? Ooh, what's up? Nele. Herr Greedy, Miller ist verletzt. Ich brauche dringend Verstärkung beim Catering. Jensen, verdammt. Nicht bewegen, Genelef ist schon unterwegs. Keine Zeit. Gezwungen zu trinken. Zu spät für mich, Jensen. Aber noch. Können Sie die anderen retten? Die Goldmusken haben den Champagner vergiftet. Und zu Besprechungsräumen hinter der Fangshalle geschickt. Ich wollte sie aufhalten, aber ich bin hier gelandet. Jim, es tut mir leid. Ich... Nein, es ist nicht Ihre Schuld. Klar, Sie sind ein guter Agent. Moment, nein. Sparen Sie Ihre Kräfte. Nein. Hören Sie... Das... Das wollte ich nicht sagen. Sondern... Sie sind ein guter Mann, Adam. Trotz aller Zweifel... Ich wusste es... Immer... Ah, kaputt, oder? Ah, sorry. Die ID ist kaputt. Meg, Miller ist tot. Sie haben die Orchidee eingesetzt. Oh nein! Was ist mit Brown und den Delegierten? Ich melde mich, wenn ich sie finde. So, jede Menge Catering-Stuff und wir müssen hier durch. Hier ist alles in Ordnung. Okay. Wie komme ich hier rein? Gar nicht. Muss ich auch nicht. Oh! Okay, da hinten steht schon wieder ein Torrent, ey. Das nervt mich. Oh! Woa, woa. Okay. Einheit Code Red, ne? Uh! Oh! Ah! Feuerschuss, Slot! Nie! Ah! So erstmal schön die Tür aufmachen, so und dann brauche ich eine vernünftige Waffe, vielleicht das normale Maschinengewehr. Das ist auf die Ecken. Oh, das ist auf die Ecken. Oh, das ist auf die Ecken. Oh, jetzt kommen sie alle hier. Wie die Verrückten. Oh, das ist auf die Ecken. Oh, das ist auf die Ecken. So, was haben wir noch? Maschinengewehr, okay. Okay, kaputt. Hey, hey, zurück auf Makanya! Okay, wir sind zumindest mal durch. Oh, hätte man hier auch einfach mal so rein durchlaufen können? Nein, ist was Neues. Okay. Gut. Was habe ich denn hier noch schön jetzt? Ich habe nur noch die blöde Pistole, ne? Gut. Aber was ist hier los? Es gibt kleine Hockey, die alle wechseln in der Mitte. Das Torch hat sie umgedreht, sehr freundlich. Gut. What the duck, ey? Okay. Oh, das war der Füße. Das war der Füße. Okay, wir haben hier noch die Flüße. Wir haben hier wieder rein. Ja klar, total. Absolut überfahrend. Okay, da muss ich irgendwo wegballern, ey. Geht nicht anders. Oh, geht anders. Ah, komm, ey. Ihr seid echt richtig ärgert. Ey, da kann man echt nur rumtricksen, ey. Das ist echt ätzend. Keine Amo, kein gar nichts. D Singel. Oh, nein. Das ist so süß. Sieht nicht aus. 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 Okay, klar, nett ist anders, aber nicht so. Okay, hier schonmal durchgekrabbelt. Okay. Scheiße. Okay. 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 Let's raucin schon kaputt geballert habe, ist ja gut. Also ich kann ja auch oben lang Oh, stehen die hier vor der Tür? Doch nicht das, oder? Kann nicht sein Alter Ziehen wir's durch Ziehen wir's durch, ja Ihre einzigartige, patentierte Funktionen Period, nur mit der Strasphäre Für unseren ersten Beitrag einer neuen Reihe über Innovationen In dieser Woche ist auch noch ein So, lass mal hier gucken Scheiße, müssen wir mal raus, was wir wieder alle gefunden haben Alter Ist ja gut, Mensch, ist auch gut Meine Güte Eigentlich nur die Güte Und dann Also nicht geht anders Guck hier raus, guck Lucky Lucky, da hinten sind sie alle Die sind aber echt heiß hier Die sind aber echt heiß hier Wir ballern da auch schon, wie nichts gut ist Junge, Junge Alter 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 Also erstmal habe ich überhaupt keine Ammonitation mehr Brauche ich jetzt mal die hier Und dann haben die mich hier schon wieder entdeckt Das ist doch irgendwie Quatsch Ja, sie sitzt in der Falle, jetzt müssen wir erstmal gucken So, ich habe echt nur die doofe, naja gut, Maschinenpistole habe ich auch noch Das Tor ist kaputt, das ist schon mal nicht so schlecht Super So, weil ich auch schön mit E-Munition schieße Oh, die 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 sind stark E-Munition schieße Okay, also Wir gehen hier wieder lang Wir gehen hier hin Wir gehen hier hin Verstand Entsichern Ich wütze Auf Also was hier wirklich super war, war das mit den, ähm Mit dem Gang hier oben Also was jetzt ist hier Ich bin Elisa Kassan Und ein Leibbericht führt Kein Kontakt, Nova Komm, hau ab. Und rein, komm. So, was hier hinten gelöhnt ist, dürfte das Torred sein. Genau. Also erstmal brauche ich eine richtige Waffe, die ich schießen kann. Das ist diese hier. Und dann könnte ich da ja erstmal eine kleine Splittergranate rausschicken. Ist das Torred kaputt? Ja. Das ist gut und da oben ist noch einer. Ja. 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 Oh sorry, immer dieses blutgezimple ey, das ist echt rasselig, na gut, so, ups, wer sieht mich, wir gehen auch von da drüben, soll natürlich nicht so sein, so, wir wollen aber, letztendlich gehe ich jetzt hier mal rein, hier erscheint ein wunderschöner Raum zu sein, und der wartet auch schon. Es ist eine coole Luke da drunter, okay, die Typen gehen hier auch schön außen rum, so, ich muss mal gucken, da ist so ein Waffen, ach, komm. So, ein bisschen in den Schubladen rumkram, tut ja nicht weh, so, aber wo war hier dieser Waffending, wer ist da vorne, da stehe ich natürlich mitten vor der Tür. Ja, nehmen wir. So, der Rest ist Kilifitz, oder was, ja. So, wo wollen wir hin, wir wollen da hinten lang. Zum Fahrstuhl. So, kommt er, ja, oh, okay. Adam, ich bin's, der PDA in Hongkong wurde vor wenigen Sekunden eingeschaltet, für eine einzige Nachricht. Hast du sie abgefangen? Ja, aber sie ist kryptisch. Treffen findet statt, Lieferung fortsetzen, Code 2202. Okay, Leute, ich denke, mehr machen wir in der nächsten Session, oder? Okay, also, bis deine, ciao.